Als wir Kinder waren, glaubten wir, die Welt wäre voller Märchen und Mythen. Dass unser Schicksal vorherbestimmt ist. Hallo? Das ist ein heiliger Ort. Hast du dich hier versteckt, oder was? Warte, wie heißt du? Ich grüße dich, Königin der Nacht. Meine Cousine Revien auf ihre strahlende Zukunft. Meine Familie hat Zähne für mich. Ist ein Spaziergang mit einem armen, gutaussehenden Künstler nicht drin? Alle sieben Jahre sucht sich der Anführer des Rudels eine neue Frau. Und eher ein Waldchen. Von hier aus hast du den schönsten Blick über die ganze Stadt. Ich hab gehört, dass es Orte gibt, an denen Wölfe verehrt werden. Du meinst Wehrwürfe. Du steckst voller Geheimnisse. Nicht. Wir versammeln uns als ein Volk, denn wir sind ein Volk. Und wir jagen als ein Volk. Deine Zukunft gehört dir. Als ich von ihr fern. Wieso bin ich eine Bedrohung? Du bist keine Bedrohung. Das ist eine Bedrohung. Du reichst mit dem nächsten Zug ab. Siehst du, was du getan hast? Wieso weißt du so viel über Wehrwürfe? Ich wollte dich beschützen. Vor dir? Was erwartest du von mir? Die Wahrheit? Du willst ein gewöhnlicher Mensch sein. Das geht nicht. Frag das Tier in dir. Wenn sie dich finden, werden sie dich töten. Wie kommen wir aus der Stadt raus? Du kannst es kontrollieren. Und häufel mit deinen Traditionen. Wie kommen wir aus der Stadt raus?